Musik Ciao, jetzt sind wir da. Jetzt haben wir schon hergegangen. Jetzt warten wir eigentlich nur mehr auf dem Start. Und von mir ist es jetzt losgegangen, weil es ist eine super Location da. Also, es ist das ganze Unfall, ein Wahnsinn. Es ist saugeil. Ich bin voll happy, dass ich mitgekommen bin. Wir sind jetzt alle da. Super, die Ellie ist da. Die Ellie, die Doris, die Christa, die Sarah, Papsi, alle. Wir sind fertig. Wir gehen jetzt raus und kommen erst morgen in der Früh hinein. Tschüss. Also, ich bin froh, dass ich da sein kann, weil ich habe meine Karte ja in der Y-Pster gehängt. Deshalb war es nicht so leicht, ganz viel. Gut, und der nächste Schritt ist, dass wir uns jetzt unseren Wettkampf-Chip holen. Alle Mädels sind hoffentlich alle hinter mir. Wir haben jetzt alle eingecheckt. Es kann uns eigentlich nichts mehr aufhalten. Jetzt gehen wir zum Race-Briefing. Und morgen geht es endlich los. So, nachdem wir die Raum jetzt alle angehen haben, sind wir jetzt da im Zelt zum Race-Briefing, wo uns die Kampfrichter sagen werden, was wir alles da dürfen, was wir nicht da sollen, in welche Richtung, dass wir fahren sollen, in wie weit Windschatten fahren, die Distanzen zum Halden sind. Ja. Und sie werden uns wahrscheinlich, wo ihr Kripp und Speed wünschen. Vielen Dank. We can basically get another respect and just get under there. Da wo mein Eltern zwischen die Gott haben. Genau, genau, genau. Jetzt geht's nur raus, Rechte, haut, liere zu dem Kreisverkehr, und dann wird's raus. You can use the Activator. Drink a little bit of water, because it's sweet. Just pick a little, you will take the water when you're right. Yeah, okay. You can use the Activator. Drink a little bit of water, because it's sweet. Just pick a little, you will take the water when you're right. Yeah, okay. Hallo Leute, wir haben gerade das Briefing gehabt. War absolut cool. Alles auf Englisch. Hat super gepasst. Und mir gefallen uns irrsinnig auf morgen. See you! Wenn ich euch sch scoring den Tagen als lächer contacted und électvonisch bro мной. Es ist wichtig, dass es wieder immer kauft Learning. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017